Die Fans strömen seit Jahren immer wieder ins Stadion, füllen Stadion und unterstützen uns brutal. Da wollen wir natürlich auch was zurückgeben. Nicht nur mit Toren oder mit spektakulären Spielen, sondern vor allem auch mit drei Punkten. Ich glaube, das ist das Wichtigste für alle und das ist das oberste Ziel morgen auch. So werden wir ins Spiel gehen, um ein stabiles, gutes Spiel zu machen. Topolak spielt in Roter Stern Belgrad vor fünf Tagen. Roter Stern Belgrad, Topolak und in der 90. Minute macht es Batsch und dann steht es 1-1. Und 2-0 hinten gegen Olympiakos, 2-1-2-2, 90. Minute. In West Ham, 65. Minute, 1-0 für Topolak. Dann 3-1 für West Ham. Das waren die Ergebnisse von Topolak. Und es ist wichtig, dass die Jungs das verstehen und nicht auf den Namen schauen und auf irgendwelche Dinge, sondern auf sich schauen und sagen, wir gehen hochseriös in diese Partie. Wir werden auch nicht Topolak erstürmen und jetzt nicht nach 30 oder 3-0 oder so Hirngespinste, sondern dass man ein seriöses, gutes Spiel macht, weil wir unter allen Umständen dieses Spiel gewinnen wollen. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist wichtig. WasET